wir können jetzt hier runter wofür für eine münze flammend das musste sein ich musste noch in erdbohnen einmassiert hin toll du bist eine reiche britische tosi und hast nicht einfach nicht geld einstecken ist klar das schöne an der ganzen aktion ist jetzt natürlich die nächsten level werden dadurch jetzt auch nicht so ätzend moment diese selbst aber ignorieren da muss ich gucken wächst der richtige ist ich nehme bitte nicht überbitte erwürgt wenn ich bitte erschlacht mich nicht bitte aber gesagt nächsten level werden uns ätzend ja es spielt uns hier mal vor und er ist kaputt dafür habe ich 50 cent eingeseit ich glaube es ist doch jetzt hier nicht wahr oder was ich zahle hier 50 sein ein und der typ hat eine macke das ist jetzt schon explosion anblenden so was machen wofür haben wir 50 cent müssen kriegt damit wir einen defekten griff bekommen und und die brechstange einmal wieder zum einsatz bringen können lara da hast du lange weile besetzen haken und starbein das wird aber nicht so bleiben leute ab jetzt weiß ich nicht nix mehr sie ist so blöd ich sag dazu nix du bringst dich in lebensgefahr um an einen haken und schlappen an diesen gottverdammten schlüssel zu kommen übrigens ein tor schlüssel hallo wir haben ja auch überhaupt nichts exklusives ist bei uns ne nein dafür hat er auch noch 50 cent bezahlt ich fange damit schon wieder an hier muss doch wohl irgendwo ein kreuz sein kann doch nicht wahr sein was lernen die denn in der schule wo habe ich gespeichert hier da ist der erste kreuzack das ist nervig ist das bruder und einmal im minipack eingerufen wir haben es ja noch ja arschloch ist da irgendwas nein ist da irgendwas nein ey das ist so ein nerviges misty man das gibt's doch nicht und wisst ihr was jetzt unter der nächsten folge steht schlecht gelaunt wegen geisterviech genau das wird unter dieser folge stehen und da sich ein zug in der wüste und das alles in einem rutsch aufgenommen das interessiert ja keinen so jetzt lass hier oben irgendwo ein kreuzchen sein Bombi zu meinem leben aus und das mag gehen drei geister ist dann nachher schon bitterer mag doch nicht sein eh es kann doch nicht wahr sein verpissen verpissen jetzt zieht mir jetzt richtig viel butter ab Arschloch Arschloch Sparer jetzt ist es schon zwei oder was? wohnen habe ich das verdient dann holen wir uns noch den vierten dreizack wie gesagt Leute ich spiel wirklich blind ich hab jetzt auch ich schwör alter ich schwör ähm ich bin langsam auch müde also ich hol mir jetzt echt noch den letzten dreizack Lara ich will mal wieder einmal mit meinem kameramann reden der übertreibt es schon wieder ist gut Alex ich quatsch ja nicht gerne dazwischen aber Microsoft was die Ägypter vor tausenden vor abertausenden Jahren entwickelt haben habt ihr für euer Windows 8 Logo nur geklaut das ist nicht euer Ernst stirbst du auch nochmal? ihr seht schon die wollen nicht sterben und jetzt habe ich meine Dings leer gemacht ja wie kann man die denn dann besiegen wenn nicht mit Gewalt so wenn nämlich der Ritter auffährt ich glaub die Schrofflin war bei mir die richtige Wahl allerdings nehme ich jetzt mal ganz schlannell mit Scheiß andere Muni raus Ich glaube, das war eine scheiß Wahl Wo sind die Ozzis? Wow, was für ein geiler Hintergrund-Sound Ja, du machst jetzt aber nicht gerade so Hintergrund meine Ozzis leer, ne? Ja, du machst jetzt auch die Ozzis leer, ne? Ja, du machst jetzt auch die Ozzis leer, ne? Los, los gehen wir ihm alles. Gott sei lang, wir haben ein Kristall, ah, hier sind wir, ah, jetzt verstehe ich das ganze Konzept erst, jetzt verstehe ich das ganze Konzept erst, das war der größte Fehler meines Lebens. Musik Musik Jollara, das ist nicht immer so ganz so klug. Auf. Alter, beruhig dich. Ähm, da gab es ein Rätsel, das noch ziemlich zum Anfang eigentlich ist. Und in dem ging es darum, dass der Typ hier, hier auf einem Gitter liegt. Und da unter befindet sich, sieht man das? Nein. Ein Hebel. Man, also, man geht da hin, man guckt, da ist ein Luke, geht da hin, da ist ein Hebel, betätigt ihn und es passiert genau nichts. Man entdeckt den Typen, drückt den Hebel nochmal, es passiert wieder nichts. In der Cut-Szenen beschwört hat. Die begegnen uns. Jetzt. Wo sind die? Kommt mit. Scheiße. Lass mich. Wir müssen die jetzt dazu bringen, das Ding hier zu zerschlagen. Am besten ohne uns dabei zu beträchtlicheren Schaden zuzufügen. Dazu positioniere ich mich jetzt einfach mal so und warte, bis die kommen. So, speichern wir ab. Weil die können uns nämlich auch sehr leicht verletzen. Lassen erstmal ihre Schwerder schnell auf den Boden fallen. So, schlag zu. Verpiss dich. Okay. Da dann nochmal ganz kurz, um es euch ebenfalls zu zeigen. Wir müssen nochmal, ich habe, ernsthaft, übersehen, in dem Raum, wo wir den Stein des Atem, wie heißt der Atem, Atem, aufgehoben haben, das ist übrigens gleich hier, habe ich den Hebel übersehen. Weil der so dunkel war. Da lag ja der Stein und hier ist der Hebel. Wir betätigen ihn. Und das Tor geht auf. Halleluja. Das war's. Und jetzt muss ich noch einen Rückweg finden. Okay. Das können wir, glaube ich, schon knicken. Boah. Wer haben sie, wer haben sie, wer haben sie. Okay. Okay. Die Königspyramiden von Kufu. Kufu kenne ich auch noch von was anderem her, nämlich von diesem Scheißhaufen vorhin. Doch. Setz mich klein. Nein. Nein. Lara ist bis auf Wind. Lara ist bis auf Wind. Thank you. Muss man da ja noch einen Rückweg finden. Kann ich den... Was? Ja? Wie? Find ich gut. Dann machen wir das. Wo sind denn mein Granatwerfer? Joa. Siebenmal schwere Ammo. Übrigens, erst mal Medipack nehmen. So, jetzt haben wir mal in Ruhe. Ich krieg das Ding schon kaputt. Achtung. Sie sagt, ne? Aber pack die heilige Skulptur da rauf. Wenn wir die nicht mitgenommen hätten, Leute. Doch. Also, ne. Wenn wir sie nicht mitgenommen haben, denn... Sähen wir jetzt blöd dabei. Wir kommen da auch so nicht mehr wirklich hoch. Lara, wenn ich sage, doch. Meine ich nicht, no. Und das ist mir in Anniversary auch aufgefallen. In Anniversary sagt sie wieder no. Das hat sie in Legend und Tom Realty Edge und Blackings ja gar nicht. Da sagt sie nicht no. Der meint, da sagt sie auf Deutsch, nein. Das fand ich geil. Das hat bei mir wieder was rausgekommen. So, ich glaube, es war eine Katze in den Fischpass. Oh ja, Lara. Betachi. Nose. Lass sie mal hin. Wie auch immer. Was ist das da? Achso, das ist von meinem Monitor. Sag mir das doch, dass da ein Ruderpunkt auf meinem Monitor ist. So, jetzt rechts. War's das schon? Und? . Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.